Der Feldsanitäter in Ghost Recon Breakpoint unterstützt seine Kameraden, indem er ihre Lebenspunkte bufft, sie heilt und aktiv im Kampf unterstützt. Seine Fokuswaffen sind Präzisionsschützengewehre und Maschinenpistolen. Darum schaltet er auf Rang 10 ein 416 Scout PSG und auf Rang 20 eine MPX Tactical MP mit eingebautem Schalldämpfer frei. Seine drei Klassenfähigkeiten sind Erste Hilfe, Schulter zum Anlehnen und Phönix. Erste Hilfe verleiht ihm initial ein 10% schnelleres Wiederbelebungstempo, das auf Rang 2 auf 15% schnelleres Wiederbelebungstempo erhöht wird. Seine Fähigkeit Schulter zum Anlehnen wird nur dann aktiv, wenn er den Körper eines ausgeschalteten Verbündeten oder eines Feindes trägt. Und zwar verleiht ihm die Fähigkeit initial ein 10% höheres Bewegungstempo und 20% mehr Schadenswiderstand. Auf Rang 6 erhöht sich das Ganze auf 15% schnelleres Bewegungstempo und 40% mehr Schadenswiderstand, wie gesagt beim Tragen eines Körpers. Die Klassenfähigkeit Phönix verleiht ihm die Fähigkeit, sich selbst wiederzubeleben, sofern seine Klassentechnik voll aufgeladen ist. Das Ganze funktioniert allerdings weder im PvP noch in Raid-Boss kämpfen. Also nur im ganz normalen PvE-Spiel. Das Klassenobjekt des Feldsanitäters ist das Erste-Hilfe-Set. Dieses kann geworfen und vom Feldsanitäter selbst oder einem Teamkameraden benutzt werden. Bei Benutzung werden sämtliche Verletzungen geheilt und der Benutzer bekommt ein Lebensbalkensegment mehr, sofern es kein Sturmsoldat ist. Die Klassentechnik des Feldsanitäters ist die Sanitätsdrohne. Mit dieser kann er Teamkameraden auf Entfernung wiederbeleben und heilen. Um die Klassentechnik aufzuladen, kannst du ganz einfach Gegner töten, Schaden an Drohnen verursachen und Teamkameraden wiederbeleben. Außerdem wird die Klassentechnik aufgeladen, wenn deine Teamkameraden Gegner töten. Wie kannst du den Feldsanitäter nun richtig spielen? Ganz einfach, indem du deine Kameraden im Kampf unterstützt, indem du sie heilst, ihre Lebenspunkte buffst und sie aktiv mit deinen Waffen im Kampf unterstützt.